Oh mein Gott, ein Funky-Hit. Ah, ich muss jetzt hier Last-Hitten, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Hehehe. Tänkst bis fort, ne? Oh mein Gott, der Funky-Hit geht schon. Ich muss den Kopf erst mal klicken haben mit den Last-Hits, das ist nicht mehr... Oh ja, ich hab bis jetzt erst einen Last-Hit verkackt, also... Ne, der Braum, da haut ich gerne mal ein paar Kugster neben. Und die seh' wir, die verkackt gerade. Last-Hits. Last-Hits. First Blood für mich... Ich kenn doch diese Silber-Chakos. Hehehehe. Silber-Chakos. Ja, ich weiß ja, die Demo-Spiel und Weise ziemlich einfach. Deswegen glaub ich sie gleich geworden. Ich muss sagen, wenn man... Sagen wir mal, die Gegner haben 20-Kill-Vorschrungen, ne? Ich würd trotzdem nicht so random. Ja. In Silber-Snowboard... ...spiel nicht. Mich drehen dort. Ich musste gerade meinen Flash raus. Der Braum war gerade zu aggressiv. Der Braum war gerade zu aggressiv. Der Braum ist kacke. Also der Javan stellt sich dann in den Busch. Ich lass' die pushen. Damit der Javan halt... ...die ficken kann. Auch was macht Braum? Geht nach vorne. Und der Javan steht nur da und denkt sich, was zur Hölle machen die da? Zeit zum Fuß. Der Braum ist viel so aggressiv. Ich bin schon wieder low. Die Silvia benutzt meine Feinds und Mana lecken. Bitte fehlt. Vorsicht. Oh mein Gott. Wo werfe ich mein Shadow denn hin? Oh mein Gott. Der Braum geht schon wieder rein! Oh mein Gott, Guys. ... 1 1 1 1 2 1 1 Ich bin aus der Ulti rausgeflasht und habe ihn eingeleitet. Und jetzt war der Braumer nicht aggressiv, jetzt hat er nicht gestunnt. Jetzt hat er mich halt versterben lassen gerade. Och, letztlich dann noch rauspitcht. Geiss. Ey, wieso kriege ich immer so eine Idioten auf der Botline? Ich weiß, warum ich nicht mal einen ADC spiele. Der hier ist vor der Spiele. Der Cypress. Ja. Ihr feedet gerade lane hart. Ne, ne, ich feede nicht. Und Chaco ist schon wieder da. Oh, ei, 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 ei. Guck mal aufs Live vom Braun. Von Braun. Ne, von jetzt. Ne, von Braun. Aufs Live. Ich bin etwas schneller als beim Schatten. Ich habe das Werkzeug für den Job. Outplayed. Kann ich mich mal eine Line farmen lassen und gut ist? Drake! Ich treffe gar nichts. Mann Alter, was ist los hier in diesem Match? Kommt von hinten. Ich weiß, dass Chako kommt. Das ist Chako, ne? Der ist auch noch da? Der war gerade beim Red. Chako ist schon draußen. Chako ist low. Oh, geil. Sven ist gut, aber Jarvan müsste top gehen. Ich kille jetzt einen Brainer. Und er engaged gegen Behind Morgana und Behind. Ja, schön. Du musst es pushen. Du musst es pushen. Komm, Gott. Ich finde nichts. Ich will kurz an. Ich habe einen Griff! Ich will nichts mehr machen. Ich weiß, dass ich nicht mehr schlafen darf. Es ist eine große Sache. Komme! Hier ist auch noch wer, ne? Hm, gesehen, gesehen, gesehen. Wollte mich grad trappen. Na gut, schub den. Was machen wir hier? Die, die versuchen uns rauszupicken. Bam, 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 versuch bam. Fick dich. Ich will jetzt nicht wieder treffen. Geh weg da, Brand fehlt. Schako kommt. Muss ich nichts zu sagen, ne? Muss ich nichts zu sagen, ne? Der Javan ist auch scheiße. Der gankt schlecht. Nicht nur das, ne? Dafür bin ich zu gut. Scheiße, ey. Ich muss, ich muss grad in Mitte, Lane, Jungle, kümmern. Ja, alles Komplette, das ist. Ah, Gott. Was soll ich sagen? Ich hab die Creep Wave, dann kommt die gegnerische Creep Wave, und dann kommt Brand, und dann kommt die anderen beiden. Na, die Minions hauen dann Brand schon mal zur Hälfte runter. Was? Deswegen ist der Brand nicht gut. Aber der Champ ist einfach nervig. Und Jack genauso. Da brauchst du niemand anderen Skills. Der Champ ist einfach nur nervig. Der Spam tut es tot. Jetzt können wir sie einsam. Wir haben gerade alles gecountert gegen die. Thunderlord hat gerade geprocknet. Das war episch. Oh, J4. 5 Leute Bot, ne? Jaja. Nachdem wir die komplett gecountert haben. Mann, wie lange bin ich denn gestunt? 2,5 Sekunden. Meine Fresse, Alter. Ich konnte meinen Ult in die Boxen. Ich hätte noch 2 mitnehmen können. Aber das ist doch... Ich krieg den Creep. Ich sterbe wieder zu oft. Das ist jetzt das dritte Mal, dass 5 Leute unten waren. Naja, 4. Die anderen beiden. Ja, weil die Mitte und Top keine Chance haben. Das ist das Problem. Und der Swain weigert sich drunter zu TPen. Düppelt. Rettigtum. Ja. 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 Du bist ja Jarvan gerade ehrlich? Chaco, Countess im Jungle. Hat er doch geschafft. Nicht mich. 2 Mal haben wir irgendwas drauf. Ja, weil das nichts ist. Mann. Haupt zu pinken. Pushbox. Ding. Du meinst? Na, da kommt Morgana. Ein bisschen Respekt vor. Hm, das war... Ja, wir haben keinen Tower mehr, ne? Mann, was soll ich bei der Mitte pushen? Chill. Push. We're just back, was soll ich machen? Kein Tank vorgeht, kein Javan, kein Braum. Stop, schon. Will ich nicht auf den Eiflein, mein Schaue? Oh, nöööö, ist dein Ernst? Ja, Javan holt mich, gut, dann hau ich ab. Schade. Also wir werden nicht durch Kills gewinnen, ich glaube, sondern eher durch Objectives. Es gibt zwei Optionen, selbst zu spielen, entweder tötest du alles oder Back-Split-Push. Was anderes kann ich nicht machen. Wie gesagt, ich bin ziemlich, weder ziemlich nutzlos. Static's item hier. Oh mann, was ist dieses komische Back-Battle. Was ist das Spiel los? Ja, bad. Abort ausgelaufen. Ohne Ulti kann ich Jax eh nicht dodgen. Ich hätte gesagt, ich habe sonst die Bump, was ich geworben habe. Scheiß Brand ulti eh. Boah, Shaku, one hit, guys. What you doing? Nice. Nice. Ist gut, ich geh. Ne, ich hau nur meine Ulti rauf, gleich. Ach so. Wenn er weghüpft. Ja, schnell, Ulti, mach Ulti. Safe. Weißt du, warum er OP ist? Bitte nächstes Mal Jack bannen. Das ist so krank, dass du MF und so einen Null gebannt hast. Jack nervt mich übelst. Selbst der letzte Null kann im Spiel nicht. Viel mehr nervt, dass er noch weg gekommen ist. Ich hab die Ulti raufgehauen, bin er abgehauen. Ja, nee. Nächstes Mal Jack bannen. Das ist echt ein Null-Champ. So ungefähr? Naja. So ungefähr? Naja. Du, der war low, weil ich ihn schon fast zurückgehauen hab. Naja, ich hab... Ich hab seinen eh gedatscht. Der Champ zerstört einfach meinen Kopf. Total der... ...One-Click-Champion, ne? Ist ja weg, sehe ich gerade. Genau so... Oh mann, Alter. Oh mann, die kriegen einen Baron. Nein. Nein, kriegen sie nicht. Oh mein Gott. Die Sterbung am Baron. Hahaha. Ne, der Pushy-Paw jetzt durch. LOL. LOL. Der Baron hat vier Leute umgebracht. Das ist schon krass, was der Jacks da so un-damage raushaut. Mann, diese Q von Morgana, Alter. Das ist eh low. Boah, ich hab den Drake auch gesehen. Oh mein Gott. Alter, das ist elo. Der kurse ist immer bei, aber ich kann doch nicht wissen. Ich weiß, dass was jetzt passiert. Wie du Klaus, guck, das Goal hab ich gerade gedacht. Jack, Jack, uuuuuiuiuiuiuiuiuiiuiuiui. jumm Kass, die sind scheinbar Ich bin in eh schon wieder geduldcht von ihm Ja, und wo sind die Manians? Die Afterwards Komm herr! Komm herr! Session! Ich finde Chaco mit dem Assassin-Skill oder so, hätte ich. Komm Barron! Barron? Ja, ganz ehrlich. Wir können Barron machen, wir müssen deathen. Komm Barron! Wir können Barron machen, wir müssen deathen. Bin ich etwas schneller als mein Schatten? Hau doch drauf, Jarvan! Oh! Der Sauber! Der Schuss geht genau zwischen den Beinen durch! Okay, Ender. Wenn ich das nächste Mal splitpushen soll, dann nehme ich eine andere Klasse. Ja, Quinn zum Beispiel. Ich gehe weiter!